Samira wohnt gerne in Mitte. Hier gibt es jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Ständig wird gebaut und geplant. Aber was genau? Samira wünscht sich mehr Informationen. Die findet sie beim Bezirksamt Mitte. Auf der Webseite des Büros für Bürgerbeteiligung findet sie eine Vorhabenliste, in der alle aktuellen Maßnahmen des Bezirksamtes aufgelistet sind. Hier verschafft sie sich zuerst einen Überblick und klickt dann auf ein Vorhaben in ihrer Nachbarschaft, das sie besonders interessiert. Im Steckbrief erfährt Samira die wichtigsten Details. Was wird gebaut? Wie ist der aktuelle Stand? Wie sieht die Finanzierung aus? Wer ist die zuständige Ansprechperson und wo erreiche ich sie? Ist bei diesem Vorhaben eine Bürgerbeteiligung geplant? Falls nicht, kann Samira die Beteiligung beim Bezirksamt vorschlagen. Das Büro für Bürgerbeteiligung unterstützt sie dabei. Eine tolle Möglichkeit, sich gemeinsam für Mitte stark zu machen. Du möchtest auch wissen, was in deiner Nachbarschaft passiert? In der Vorhabenliste findest du alle Informationen. Entweder im Internet oder vor Ort in den Dreirathäusern. Es geht um deinen Bezirk. Misch mit in Mitte.